Ich freue mich wirklich tierisch, dass Wölkchen heute Abend den Abschluss zu dieser Geschichte macht. Und dieser, wie sie vor allem gesagt haben, vor uns auch erinnert muss fest, um zu sehen, ist das, was wir hier machen? Ist das wirklich etwas, was auch von der Öffentlichkeit, von der Wörlskirche und umliegender Bevölkerung angenommen wird? Und ich muss sagen, Kompliment an alle, die hier gewesen sind, wir haben Besucherzahlen über unsere Erwartungen gehabt. Und ich glaube, das motiviert uns alle, weiterzumachen und wir hoffen, dass es auch ein Hauseigentümer und alle Interessenten motiviert, uns zu unterstützen, dass wir in diesem Land hier erhalten. Also, los geht's! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. 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 Good job. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.